Das war mein erstes Vieh. Mal gucken, wie die nächste... Schildkröte... Ach, äh. Der Wal ist schon ein bisschen besser geworden. Okay, wir haben nochmal einen Bonus. Der Wal ist schon ein bisschen besser geworden. Der ist süß geworden, auf den bin ich stolz. Aber die Schildkröte sieht halt aus, als hätte man die einmal gegen die Wand geballert. So, jetzt vielleicht mal. Komm schon. Jetzt auch mal was machen. Hier, Attack. Los. So, erster Scatter ist da. Noch einen rein. Gut, direkt nächste Stufe. Okay. Weiter geht's. Und wieder Scatter rein, Multis rein. Hallo. Weitermachen. Tumble weiter. Und noch weiter tumbling. Okay. 500 für den ist in Ordnung. Weiter geht's. Scatter. Wir brauchen Scatter. Komm schon. Wo ist Dynamite? Dynamite. Dynamite, oh Dynamite. Hallo. Flaschen. Oh, Dynamite bitte. Dynamite bitte. Oh ne, er macht schon wieder so ein Tumble wie beim letzten Mal. Ich raste aus. Gib Dynamite. Wie beim letzten Mal. Wieder ein über 100er Tumble. Okay, ein Scatter brauchen wir noch. Okay, wir haben nochmal 5 Spins. Sehr stark. Jetzt dann aber auch Dynamite mit rein, ne? Tumble und Dynamite. Okay, weitermachen. Okay, das ist in Ordnung. Tausender dafür ist okay. Und weiter. Wir haben noch 4 Spins. Komm schon. Wir hinten nochmal. Mach weiter, 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 weiter. Jetzt einfach weiter tumbling. Ach, hör doch nicht auf. Okay. Vielleicht nochmal 2 Scatter wären super. 2 Scatter wären echt nochmal ammerzing. 1 Scatter ist da. Lass noch einen nachfallen. Komm. Ja, okay. Okay, okay. Wir kriegen nochmal 5 Spins auf Mal 25. Auf jetzt. Sterne. Sterne, bitte. Yes, Baby. Okay, let's go. Okay. Da sind wir doch. Okay, nice. 3.400 zahlt. Weiter geht's. Komm schon. Weiter, weiter, weiter. Nochmal Scatter rein. Schade. Ey, aber 5.700 für den. Sehr gut. Punkte für euch. 5.700. Okay. Jetzt kann ich hier befriedigt rausgehen. Jetzt, okay. Jetzt hat er dann doch mal gut gezählt. Okay, nochmal ein Hunni im Spin after win. Sehr, sehr stark. Woo. Ooh. Eee. ее.